Willkommen, heute sehe ich mir die Thermaltake TTE Sports Ventus R optische Gaming Maus an. Diese ist wieder einmal eine interessante Maus TTE Sports Aufstellung und diesmal gibt es hier ein beidhändiges Design, also geeignet für Rechts- und Linkshänder. Zudem erhalten wir 16,8 Millionen Farben RGB Beleuchtung, zusammen mit einem guten optischen Sensor, der im Stande für 5000 DPI ist. Trotz diesen ordentlichen Funktionen scheint es sich hier aber eher um eine budgetorientierte Maus zu handeln, zu einem Preis von nur 30 Euro. Dann kann Thermaltake fürs Zuschicken dieser Maus für den Testbericht. In der Verpackung die Ventus R Maus selbst, die Schnellinstallationseinleitung, die Garantiepolize sowie zwei Stück TTE Sports Aufkleber. Die TTE Sports Ventus R scheint wirklich mit der Ventus Z und Level 10 M Advanced verwandt zu sein. Gut, eigentlich ist sie das auch. Bestimmte Design-Elemente erinnern mich tatsächlich sofort an die Ventus Z. Dennoch, weil dies aber eine Maus für Rechts- und Linkshänder ist, ist die Form hier ganz anders symmetrisch, wie man erwarten würde. Wenn ich mir die Maus einfach nur ansehe, macht sie für mich einen etwas kleineren Eindruck, doch sobald ich meine Hand darauf lege, fühlt sie sich relativ normal an, was Größe betrifft. Ein wenig kleiner vielleicht. All die Tasten sind leicht erreichbar. Obwohl die Ventus R einen Preis von nur 30 Euro aufweist, fühlt sie sich durchaus gut verarbeitet an. Die Oberfläche fühlt sich für mich wie ein Gemisch aus Gummi und Kunststoff an und links und rechts erhalten wir etwas texturierten Kunststoff für besseren Grip. Genau wie bei der Ventus Z und Level 10 M Advanced, die ich getestet habe, gibt es auch hier das Design mit den Wabenlöchern, was angeblich luftdurchlässiger sein soll. Eine schicke Bonus-Funktion, was das Aussehen betrifft, ist das mit LED beleuchtete TTE Sports Drachen-Logo. Tatsächlich verfügt die Ventus R über zwei individuelle LED-Zonen, die beide in verschiedenen Farben und mit anderen Effekten aufleuchten können. In der Software wird uns die Möglichkeit gegeben, jede einzelne Farbe auswählen zu können, also hier RGB-Beleuchtung, sowie Beleuchtungseffekte wie statisch, Puls, Farbspektrum durchlaufen oder einfach aus. Zusätzlich kann die Helligkeit verstellt werden und wir erhalten außerdem die benutzerdefinierbare LED-Schlaffunktion, welche die LEDs nach einer bestimmten Zeit ausschaltet, nutzt man die Maus nicht mehr. Zu linken wir immer die Vor- und Zurück-Tasten, überraschenderweise jedoch kein DPI-Schalter oben. Fünf Tasten können insgesamt umprogrammiert werden und was TTE Sports Mäuse angeht, kommen die linken und rechten Tasten mit sehr reinen Klicks, dank den verwendeten hochwertigen Omron-Schaltern. 20 Millionen Klicks sollen laut TTE Sports erreicht werden können. Das Scrollrad fühlt sich einfach hervorragend an, mit dem idealen Widerstand und das Rad an sich ist für besseren Grip gummiert. Die Ventus Air verfügt über den beliebten PixArt PMW 3310 optischen Sensor, der im Stande für bis zu 5000 DPI ist, dank des auf Arm basierenden 32-Bit-Microcontrollers. Der DPI-Umfang beläuft sich auf 100 bis hinauf zu 5000 und Veränderungen in 100er Schritten können vorgenommen werden. Abfragerate 125 Hertz 8 Millisekunden bis 1000 Hertz 1 Millisekunde. Tracking-Geschwindigkeit 130 IPS, die maximale Beschleunigung liegt bei 30G. Fünf Profile können insgesamt auf dem 256 Kilobyte großen Onboard-Speicher abgespeichert werden. Zu 30 Euro kann man fast nicht erwarten, dass es hier ein Gewichtsanpassungssystem geben würde, was hier auch genauso der Fall ist. Doch wir bekommen zwei hochwertige Mausfüße für geschmeidige Bewegungen. In Sachen Gewicht würde ich sagen, dass es sich um eine ziemlich leichte Maus handelt, doch sie fühlt sich genau richtig für ihre Größe an. Das USB-Kabel ist 1,8 Meter lang, jedoch nicht ummantelt, was aber kein großes Ding ist. Nachdem ich mich an das beidhändige Design gewöhnt habe, würde ich die Ventus Air definitiv eine komfortable Maus nennen. Alles fühlt sich einfach sehr flott mit ihr an, wenn ihr versteht, was ich meine, und dieser PixArt 3310 Sensor leistet da sicherlich auch so seinen Beitrag. Die Software des TTE Sports Command Center, wie ich schon oft genug in meinen vorherigen Testberichten gesagt habe, ist leicht zu bedienen und bietet eine Menge an Anpassungsoptionen. Bis zu 25 Makros können aufgenommen werden. Also die TTE Sports Ventus Air gehört sicherlich zu einer der besten Mäuse für Rechts- sowie Linkshänder, die ich jemals in die Hände bekommen habe oder in die Hand in diesem Fall. Die Maus ist nicht nur schön, was die Äußerlichkeiten anbelangt, sondern hat auch sehr beeindruckende Leistung zu bieten und die RGB-Beleuchtung und die gute Command Center Software machen alles nur noch besser, als es sowieso schon ist. Die Vorteile sind hier tolle Ergonomie für Rechts- und Linkshänder, gute Verarbeitungsqualität, hervorragende Sensorleistung, 16,8 Millionen Farben RGB-Beleuchtung, Omron-Schalter und schließlich der Preis von nur 30 Euro. Die Nachteile für so manchen wären vielleicht das nicht ummantelte USB-Kabel, jedoch kein Problem für mich, doch eine kleine Beschwerde von mir, es gibt kein paar der exakt selben Vor- und Zurück-Tasten rechts für Linkshänder. Zu einem Preis von wiederum nur 30 Euro kann ich mich aber nicht allzu sehr beklagen. Das Preis-Leistungsverhältnis ist exzellent. Ohne jeglichen Zweifel würde ich die Thermaltic TTE Sports Ventus Air Gaming Maus definitiv empfehlen. Nochmals ein spitzen TTE Sports Produkt, das ganz klar meine Goldauszeichnung verdient. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.